nicht rushen soll, dass man am Anfang bei diesem Tutorial halt die Juwelen nicht ausgeben soll, was ich nicht gemacht habe. Ich hatte 250 Juwelen, hab jetzt 462. Ich spare halt auf 500, damit ich hier noch so eine Bauhütte kriegen kann, weil ich ja Sachen erforschen möchte, die dann halt schon so ein bisschen länger dauern. 6 Stunden dauert das Erforschen hier jetzt. Hier dauert das gerade eine Stunde. Ich musste mein Rathaus halt auf Level 4 bauen. Das hab ich gemacht jetzt. Also das hab ich gemacht, das hat 24 Stunden hat das gedauert und ich spare jetzt gerade dafür, dass ich hier den Riesen auf Level 2 erforschen kann. Das dauert dann halt auch einfach mal einen Tag und kostet 100.000 von diesem Blubbelzeug. Keine Ahnung, wie das heißt. Warte, ich guck mal, wie heißt denn das? Elixier, genau. Wir brauchen 100.000 von dem Elixier. Maximum ist hier 140.000. Ich bin gerade in der Bronze Liga. Bronze Liga 1. Das geht hier, glaube ich, hier gibt's halt Bronze, Silber, Gold, Kristall, Meister, Champion und Titan. Und wir gammeln gerade halt in Bronze rum. Ich versuche mich hier so ein bisschen, also ich baue so die Base so ein bisschen nach den Leuten, bin hier in so einem Clan mit drin, die haben mich aufgenommen. Final Heroes heißen die. Und versuche jetzt, mich hier so ein bisschen zu machen in dem Spiel. sagen wir mal so, es ist für mich noch etwas schwierig, aber wir machen einfach mal einen Angriff und suchen uns einfach mal einen Feind, den wir angreifen können. Wir müssen dann halt auch mal schauen. Er hat jetzt halt das hier, die Kanone und die hier. Das Einzige, was uns jetzt halt gefährlich werden könnte, ist das. Das heißt, wir müssten erst mal hier dann unsere Riesen losschicken. Die greifen immer sofort so was hier an, zum Beispiel diese Objekte hier und das heißt, wir werden mal drei Riesen rausschicken, weil wenn wir den hier hinstellen, greift die Kanone gar nicht erst an, weil der Radius von der ist hier und dann einmal hier so rum und wenn wir die hier sind, sind wir halt in dem Radius, wo wir halt schon sicher sind. Dann nehmen wir mal hier unsere Selbstmordattentäter und sprengen mal hier ein bisschen die Wand ein. Schicken hier nochmal zwei los, weil der Turm kann nicht so schnell alle killen. So, und dann hat er das aufgesprengt und dann werden wir hier nochmal unsere 30 Bogenschützen, die ich schon auf Level 2 erforscht habe, losschicken, die ganzen 30. Und dann werden wir versuchen, seine Base jetzt einzureißen. Die versuchen halt immer straight zu den Objekten zu gehen, die sie kaputt machen können. Da müssen wir halt gucken, das ist die einzige Kanone, die halt noch ein bisschen stören kann. Da werden wir dann sehen, dass die da irgendwie reinkommen. Ich glaube sogar, habe ich Audio ausgemacht in dem Spiel? Ja, habe ich glaube ich ausgemacht. Wartet mal, ich gucke mal. Ah, nee, doch nicht. Ja, hier können wir ein bisschen mit Sound machen. Hier ist ja scheiße, sonst ohne Sound. So, und die greifen jetzt halt das an. Hier, das ist das Objekt und wenn wir alles kaputt haben, haben wir halt 100 Prozent und dann gewinnen wir halt 25 Trophäen und wir können halt Gold und Elixiere hier noch gewinnen von dem. Ich hoffe jetzt mal, dass wir, dass sie das jetzt hier angreifen und auch zerstören. Ja, jetzt versuchen sie hier erstmal durch die Wand zu kommen. Aber ich denke mir mal, dass der hier wird jetzt kein Hindernis mehr für uns sein. Ich denke mir mal, das kriegen wir jetzt locker noch kaputt. Und alles, was wir halt erbeuten, kriegen wir hier halt rein. Und in der Bronze-Liga hat man halt so einen Bonus, wenn man alles 100 Prozent macht, kriegt man halt 1300 Gold und 1300 Elixiere. Und das wird halt ein Perfekt einfach. Wir zerstören halt einfach die ganze Base von ihm. Gehlt das Gegner. 16 Stunden kann er jetzt nicht mehr angegriffen werden. Jetzt noch das hier und dann sind wir eigentlich durch. Nice, haben wir gewonnen. 100 Prozent. Haben wir wieder einen Bonus gekriegt. Bronze 1 und 25 Punkte. Wir sind fast auf Silber 3. Geht gar nicht mehr so viel. Wir sind jetzt bei 746 Punkte. 799. Und wir brauchen halt 800. Und dann wären wir in der Silber-Liga. Dann würden wir auch bessere Bonis kriegen. Wenn wir jemanden angreifen, das mache ich halt aber nicht immer. Ausbildung in der Kaserne kostet halt immer wieder Knete, die Monster auszubilden. Kostet dann immer Elixiere. Da ich jetzt aber Elixiere sparen muss, gehe ich halt nur auf Anfordern und sende das einfach ab. Das sieht dann mein Clan und die können mir dann halt die schenken mir dann ab und zu mal so ein paar Monster und das ist halt ganz cool. Das Spiel ist, keine Ahnung, ich bin auf das Spiel gekommen, weil meine kleinen Neffen das irgendwie spielen und die haben gesagt, ich soll das da auch mal probieren und so. Hab dann einfach mal aus Jux so ein bisschen gespielt. So mein Sohn hat da halt gespielt. Ich hab da zugeguckt. Und dann so nebenbei spiele ich das jetzt halt einfach über so ein App-Gerät. Also ich hab ein Tablet, da spiele ich das drauf und wenn ich dann an meinem PC sitze, dann spiele ich das über so ein Programm. Da kann ich ja meine ganzen Android-Spiele dann halt synchronisieren mit meinem Google-Account und dann kann ich die Sachen hier spielen und das wird dann alles übertragen. Hier, wenn ihr Tipps für mich habt und ihr seid gute Clash-of-Clans-Spieler, dann sagt mir mal, was ich hier noch machen könnte, das Rathaus will ich jetzt erstmal nicht mehr rushen. Das ist jetzt auf Level 4 und jetzt will ich erstmal alles ausbauen, bis alles Maximum ist hier bei diesen ganzen Geräten und so. Das dauert halt noch ein bisschen, weil die zwei konnte ich jetzt wieder neu stellen und das jetzt auf Level zu bringen dauert halt. Ich wollte eben gerade noch irgendwas machen. Deswegen hatte ich den Bauarbeiter. Genau, ich wollte erstmal das machen, weil das dauert wieder eine Stunde. Bau das jetzt halt erstmal aus. damit das halt auf Maximum geht. Wir können halt das. Das dauert halt zwölf Stunden, was auf Level 7. Das muss ich aber bei allen hier noch machen. Den, 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 den und den. Und dafür brauche ich halt die Juwelen. Die Juwelen sind halt wichtig. Ich brauche halt 500 Juwelen, damit ich halt endlich noch so einen Bauarbeiter hier bauen kann, weil ohne diese Bauarbeiter kann ich nichts bauen oder erweitern, weil die stehen dann immer rum, diese zwei, sieht man ja. Und ich habe dann einfach nichts mehr, was ich verbessern kann. Ich könnte dann hier rauf gehen, so klicken, so und dann sagt er für 19 Juwelen. So, das will ich aber nicht. Deswegen, ich lasse das alles immer der Zeit nach, weil die Juwelen, wie gesagt, sind halt wichtig und kosten auch halt richtig viel Geld, ne. 500 Juwelen kosten 5 Euro. Das gebe ich nicht aus. Auf keinen Fall, weil für mich ist das ja auch eine Langzeitmotivation irgendwie, das Spiel. Dann warte ich halt 5 Stunden. Ist doch egal. Dann gehe ich AFK und spiele solange halt ein bisschen weit und mach da irgendwas. Also wenn es euch gefallen hat, sagt mal, ob ihr da ein bisschen mehr sehen wollt. Und wenn ihr Tipps habt, rein in die Kommentare. Ich bin für alles offen. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.